Also es gibt ja Leute, da denkt man, die können gar nicht heulen. Aber hey, guckt euch die große Geo-Show an. Und dazu die Frage, was bringt Sonja Zitlow, Frank Buschmann und Sabrina Settler zum Wein? Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ihr könnt es selber sehen. Die große Geo-Show bei RTL.